Ich werde es wirklich nie vergessen, als LL Cool J da in diesen Hinterhof gefahren ist und dieser unfassbar gut aussehende große Typ aus dieser Limo ausstieg, da war ich dann schon irgendwie ganz klein und dachte so, oh Gott, mein Leben ist geil. Also in dem Moment habe ich es wirklich abgefeiert, dass ich da bin, wo ich gerade stand. Es gab tatsächlich ziemlich wenig Flächen, also es war wirklich, es war T-Online, AOL, GMX, Freenet, Web.de, Yahoo. Yahoo war super wichtig, weil Yahoo war fast wie ein Musikmagazin. Wie, anderthalb Jahre im Vorverkauf? Aber es musst du mittlerweile einfach machen, also weil es ist halt, die CD-Verkäufe gehen zurück, Streaming is the shit und Geld verdient wird mit Tourneen und Konzerten. LL Cool J, Freenet, Yahoo, Ticketverkäufe. Ja, das wird eine bunte Folge, ein Blumenstrauß an Themen. Natascha Nash-Nopper ist schon eine ganze Weile in der Musikindustrie. Im Jahr 2000 zieht sie nach Berlin, um für Def Jam Germany zu arbeiten, als Marketing- und PR-Assistente. Zweieinhalb Jahre später geht sie zu Sony Music International, um eine DJ-Promotion-Abteilung aufzubauen. Das Ziel dieser Abteilung war es, DJs Musik von KünstlerInnen zu schicken, damit die eben in den Clubs gespielt werden. Anschließend hat sie die Online-Promotion bei der Sony mit aufgebaut. Ihr könnt euch vorstellen, dass das 2003 noch gar nicht so ein großes Thema war. Facebook, Instagram, Twitter, das gab's damals alles noch nicht. 2005 hat Nash dann einen mutigen Schritt gewagt und ihre eigene Agentur gegründet. Def Nash Entertainment. Sie ist Online-Promoterin und kümmert sich auch um Live-Promo. Insbesondere, wenn man eben mit Plattenverkäufen viel weniger Geld verdient als mit Konzerten, ergibt es voll Sinn, diese auch richtig zu promoten. Nash konnte direkt die Fantastischen Vier als exklusiven Kunden gewinnen und ist seit 14 Jahren die PR-Managerin der Band. 2009 hat sie dafür zusammen mit Fantafier-Manager Andreas Bealeska sogar einen Preis bekommen. Sie wurden gemeinsam als Künstlermanagement des Jahres mit dem Live-Entertainment-Award ausgezeichnet. Für zwölf Jahre hat Nash außerdem als freie Mitarbeiterin für Four Artists Booking gearbeitet. Dann mit Künstlern wie den Orsons, Materia, Maxerre und Seed. Ihr hört den Thematakt-Podcast. Abonniert ihn. Er ist überall, wo es Podcasts gibt. Damit das so bleibt, brauche ich eure Unterstützung. Wie das geht, seht ihr auf thematakt.de slash spenden. Mein Name ist Tobias Wilinski. Zu Gast ist Promoterin Nash Nopper. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen bei Thematakt Nash Nopper. Natascha Nash Nopper. Ja, das Natascha habe ich irgendwann mal dazugetan, weil immer alle Leute gedacht haben, ich wäre ein Typ. Wie kam an Nash überhaupt? Ach Gott, wie alt war ich? 17 oder so? Wir waren alle wahnsinnig cool. Wir hatten sowas wie eine Band. Und die normalen Namen waren langweilig. Und dann wurde aus Natascha Nash. Was für eine Band? Es war, was ganz Gruseliges, das war so eine Techno-Formation. Ah, also warst du... Techno. Hast du aufgelegt quasi? Nein, nein, ich war im Background als Tänzerin und habe so getan, als würde ich ins Mikrofon reinsingen. Ach so, krass. Das heißt, du warst eher Performerin. Yes. Krass. Dunkles Kapitel meiner Geschichte. Nee, da können wir später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber erstmal würde ich auf die Gegenwart eingehen. Und zwar bist du auch Promoterin. Ja. Marina Busunacili hat dich auch schon im Interview erwähnt. Ach so. Hat sie erwähnt? Du hast nicht gehört. Ich habe Teile angeguckt, aber ich steige immer aus, weil als Promoter muss man ja auch ein bisschen arbeiten. Ich habe es tatsächlich echt nicht ganz angeguckt bis jetzt. Schlimm, schlimm. Shame on me. Shame. Es sind sogar zwei mittlerweile. Nee, sie hat sich schon gelobt als eine der ganz großen Koryphäen auch im Promo. Promo-Business. Die Marina. Und was ist denn derzeit das, was du machst? Wie würdest du deine Arbeit überhaupt beschreiben? Weil da sind ja schon einige Faktoren, da kommen wir später nochmal drauf. Du machst ja nicht nur ganz einfache Promo, sondern mehrere Facetten. Aber wie gestaltet sich deine Arbeit denn jetzt gerade? Aktuell mache ich zum Beispiel Album-Promotion für das neue Album von Afrop, was kommen wird. So der ganz normale Promo-Job. Ich kümmere mich um die Online-Medien, um die Print-Medien. Bei so Themen wie Afrop gucke ich auch, was im Fernsehen gehen könnte. Da gibt es ja leider nicht mehr so viele Flächen, die man belegen kann. Das heißt, da machst du wirklich die Komplette. Oftmals ist ja Online-Promo, Fernseh-Promo, Radio-Promo getrennt. Aber bei Afrop machst du komplett alles? Nee, Radio gibt es tatsächlich jemand extern. Also Radio ist einfach viel zu groß und viel zu breit, um dass man das so nebenher noch mit dazu machen kann. Man könnte mal so eine Bemusterung machen, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Und so größenwahnsinnig bin ich dann auch gar nicht zu behaupten. Und das mache ich dann nebenbei nochmal mit. Also Fernsehen bei einem kleinen Thema, wo man weiß, das findet jetzt auch nicht überall statt, mache ich mit ab und zu. Also biete ich mit an. Aber dann bei größeren Themen, auch da gibt es dann externe TV-Promoter, die das dann schon mit größerem Radius machen können. Und was machst du noch? Also einmal ist es ja die Themen, dann bei Mood Mama ist es die Live-Betreuung zum Beispiel. Genau, ich bin auch Live-Promoterin, wie nennt man das denn? Ja, also ich mache Promotion für Tourneen. Ich habe ja lange bei For Artists auch Promotion gemacht für die ganzen Tourneen. Und da kümmert man sich im Prinzip darum, dass zum Vorverkaufsstart die Meldungen überall draußen sind. Man kümmert sich um Präsentatoren, dass die mit einsteigen. Man macht die Deals mit denen. Und dann kümmere ich mich eben auch darum, dass die Vorverkäufe gut laufen. Manchmal muss man ja nochmal ein bisschen Gas geben, um dass es wirklich gut verkauft wird. Und dann kümmere ich mich auch um Interviews während der Tour oder davor. Vielleicht kannst du nochmal erklären, wie macht man das mit den Präsentatoren denn eigentlich? Also eine Tour wird von Booker gebucht. Der Booker kommt zu mir und sagt mir im Prinzip, dann und dann gehen wir mit der und der Band auf Tournee. Und meistens habe ich es eigentlich so gemacht, dass ich es mit Management oder mit dem Label direkt besprochen habe, was sie sich vorstellen, wen sie sich wünschen. Da gibt es ja dann bei Bands, die schon öfter unterwegs waren, dann auch Medienpartner, die man einfach immer wieder mit ins Boot holt. Und die schreibe ich dann im Prinzip an mit den Infos, hör zu, wir gehen in einem Jahr auf Tour. Das sind die Daten unter Vorbehalt natürlich. Und wir würden gerne mit euch wieder zusammen die Präsentation machen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja oder nein? Und dann kriegt man relativ schnell Feedback und dann tütet man das im Prinzip ein. Was bietet ihr? Was bieten wir? Und dann wird das vertraglich festgehalten. Also diese Präsentationen sind zum Beispiel, dass ich irgendwie ein Ticket kaufe, dann bekomme ich das zugeschickt und dann steht da zum Beispiel ein Radiosender unten rechts in der Ecke. Und dann sieht man beim Konzert irgendwie auch noch Banner von diesem Radiosender und so. Und die promoten das dann auch aktiv. Also jetzt, wenn wir beim Radiosender bleiben wollen, der Radiosender, der macht dann auch gewisse Trailer in ihrem Programm. Die weisen da drauf hin. Manchmal kann es auch sein, dass der Künstler eingeladen wird in eine Sendung und macht dann nochmal ein Interview mit dazu. Die sind, Radiostationen sind auch live vor Ort sehr oft mit dabei, übertragen manchmal auch Konzerte. Das ist dann alles so Teil einer Präsentation für eine Tournee, die tatsächlicherweise alles mit eingetütet wird. Und wie wichtig schätzt du das denn ein? Also würde es auch funktionieren ohne Radiopromo? Also ohne Promo an sich würde eine Plakatwerbung irgendwie reichen oder wie sehr muss man auf so Konzerte immer noch aufmerksam machen? Auch vielleicht außerhalb von Social Media? Ich würde tatsächlicherweise sagen, dass es komplett vom Genre abhängig ist. Es gibt durchaus Genre, wo die Konzerte ausverkauft sind, ohne dass das Radio überhaupt Notiz nimmt von der Musik. Ich würde jetzt zum Beispiel mal Black und Death Metal nennen. Das ist tatsächlich so. Es gibt bestimmt auch viele Rap- und Urban-Künstler, die komplett auf sowas verzichten könnten, sage ich jetzt mal. Aber die Frage ist, ob das schlau ist, weil das ist immer ein Nehmen und ein Geben. Als Newcomer arbeitet ja der Promoter Stück für Stück dran, dass die Medienpartner der unterschiedlichsten Bereiche auf dich aufmerksam werden und dass man zusammen an dem Thema arbeitet. Und dann finde ich es absolut legitim, wenn man dann auch, wenn es dann mal groß ist, weiterhin mit den Leuten zusammenarbeitet. Weil dadurch werden ja auch wieder andere Newcomer entdeckt und können gefördert werden. Bleiben wir nochmal kurz bei live, weil ich habe auch letztens mit Leuten gesprochen, die meinten, gerade im Rap, wo es dann irgendwie Millionen Streams gibt, es einfach KünstlerInnen gibt, die live überhaupt nicht funktionieren. Hast du auch für dich diese Entdeckung gemacht und würdest du auch bei manchen sagen, sorry, aber das funktioniert nicht, da kann ich nicht mit arbeiten sozusagen, weil das ist einfach, sage ich mal, ein Streaming-Künstler? Tatsächlicherweise ist es mir auch aufgefallen, man beschäftigt sich natürlich mit dem, was da draußen los ist und man kriegt dann ja auch teilweise mit, wie viel die dann auch live verkaufen. Es gibt ja auch Künstler, die funktionieren live wahnsinnig und verkaufen keine Platten mehr und es funktioniert nur noch über Streaming. Da ändert sich einfach gerade so wahnsinnig viel. Ich hatte bis jetzt noch keine wirkliche Anfrage eines Künstlers, wo ich sage so, ich glaube, das wird überhaupt nicht funktionieren und damit kann ich gar nichts anfangen. Keine Ahnung warum, aber es ist tatsächlich so, mich sprechen meistens tatsächlich Leute an, wo es eigentlich passt, um ehrlich zu sein. Aber ich habe das schon tatsächlich draußen beobachten können, dass es dann doch manchmal von Streaming und das, was dann so auf Konzerten passiert, also eine große Schere tatsächlich stattfindet. Und ich glaube, dass es auch andersrum so ist, dass es, glaube ich, wahrscheinlich viele Bands gibt, die ziemlich groß und bekannt sind, die wahnsinnig viele Shows ausverkaufen, wo das Streaming wahnsinnig klein ist. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich in dem Fall die Altersschere, die auch da stattfindet. Dass dann doch so Leute, ich nenne es jetzt mal Ü30, doch nicht so Streaming drauf sind, wie echt die jüngeren Leute und die Teenies. Das merke ich auch so bei meinen Nichten. Die haben keine einzige CD zu Hause und irgendwie, glaube ich, gehen zweimal im Jahr auf ein Konzert, aber kennen alles, weil sie alle streamen wie bescheuert. Also das geht in einer Geschwindigkeit, da wird mir sogar schwindelig. Und ich glaube, dass es deshalb auch so ein großer Unterschied einfach ist. Das hat auch was mit Kohle, glaube ich, zu tun. Wenn es das damals bei mir gegeben hätte, dass ich irgendwie für Summe X mir alles an Mucke reinziehen kann, hätte ich das auch wirklich hart abgefeiert. Und ich bin auch nicht auf so viele Konzerte tatsächlich gegangen, weil ich hatte das Geld gar nicht. Was waren dann Konzerte, auf denen du warst? Weißt du es noch? Ich war tatsächlich relativ spät auf Konzerten unterwegs, weil da in der Schwarzwald-Walachei war gar nicht so wirklich viel los. Das waren dann eher immer so komische Sachen wie, ich weiß gar nicht mehr, wie diese komischen Bands hießen, die da immer so Cover-Bands-Krimskrams. Also eins der ersten Konzerte, an das ich mich tatsächlich richtig erinnern kann, war, ich war bei Roland Kaiser mit meinem Vater, aber das zählt eigentlich nicht, The Cure und Depeche Mode. Das ist halt so, ich bin 1971 geboren und du kamst um diese Bands gar nicht drumherum und natürlich hat man die gehört. Und wie gesagt, die Kohle war knapp und dann hat man sich das dann schon irgendwie so zusammengespart und hat dann auch die große Band irgendwie abgefeiert und ist da mal hingefahren. Aber so richtig auf Konzerte bin ich echt erst später gegangen, wo ich dann, war ich Mitte 20 und war dann auch schon in Stuttgart und da hatte man dann eher die Möglichkeit, auf Konzerte zu gehen und da fand ich es aber eher geiler, in einem Club zu sein und mir die kleinen Sachen anzuschauen, wie in die Schleierhalle zu rennen. Ja, du bist in Freiburg geboren, aber im Schwarzwald aufgewachsen. Wo denn genau im Schwarzwald? Eine Stadt, ein Dorf? Tatsächlicherweise sind meine Eltern ziemlich oft umgezogen. Wie so eine kleine Karawane zogen wir immer weiter. Also es ist von Freiburg nach Furtwang gegangen und dann noch in so ein paar andere kleine Städte und zum Schluss sind wir in Bräunlingen gelandet. Das hört sich ziemlich gruselig an. War es irgendwie auch. Aber es war auch ganz nett. Also heute ist es ganz nett. Als Teenager ist es fürchterlich, weil da ist gar nichts. Das ist so, es gibt das Buch Dorfpunks. Und als ich das gelesen habe, habe ich meine Jugend wieder gesehen. Weil es ist wirklich davor kein Bus, es gab keine S-Bahn, es gab keinen Zug. Du musstest irgendeinen Kumpel haben, der einen Mofa hat oder eine Vespa, der dich mitnimmt. Und es war wirklich alles sehr klein und sehr überschaubar. Und wie bist du dann zur Musik überhaupt gekommen? Das war wirklich diese ganze Schulhofkiste. Du hattest so deine Leute, du hattest deine Clique und man hatte das Radio. Also ich bin wirklich am Samstagabend vorm Radio gesessen und ich hatte da mein Tape drin. Und das war immer auf Rekord und Pause und Play. Und ich habe immer wahnsinnig abgekotzt, wenn die reingelabert haben. Es ging mir so hart auf den Sack. Und man ist dann halt mit ein paar Leuten immer von Dorf zu Dorf und hat geguckt, ob es irgendeine coole Disco gibt, wo dann halt Mucke aufgelegt wurde. Und man hat tatsächlich auch Kassetten getauscht. Also das war wirklich dieses Tape auf dem Schulhof, das war wirklich ein Ding. Okay, das hast du erst mal als Musik gehört. Aber wie kam denn der Drang danach, Musik selbst irgendwie zu begleiten? Ich habe diesen Drang an sich so nie verspürt. Das Musik war immer da. Also mein Vater ist ein wahnsinniger Musiknerd gewesen und hat, würde ich auch sagen, meine ersten musikalischen Liebeleien sehr geprägt. Also bei uns lief immer Musik. Und meine Familie hat auch immer Musik gemacht. Also Instrumente gespielt. Mein Vater hat dirigiert. Ich habe auch in einem Chor gesungen und habe auch fürchterliche Instrumente lernen müssen. Nie das, was ich wollte. Welche waren das? Akkordeon wahrscheinlich. Nein, Flöte und Geige. Noch viel schlimmer. Und ich wollte E-Gitarre und Schlagzeug. Aber ja, hat nicht stattfinden können. Es war eher so diese Hausmusiknummer. Wie gesagt, es war schon immer sehr viel Musik bei uns zu Hause. Und auch Tanzen und Musik abfeiern. Also mein Vater war wirklich ein sehr, sehr begeisterter Musikhörer und auch ein bisschen nerdig unterwegs. Und ich glaube, daher habe ich das irgendwie. Ich war immer am Radio gesessen. Ich wollte immer die neuesten Sachen hören. Ich habe mir die Sendung extra rausgecheckt, wo die neuen Sachen vorgestellt werden. Und damals Formel 1 war einfach das Größte. Die neuen Videos, die gekommen sind. Ich habe das alles tierisch hart abgefeiert. Und ich war da auch gar nicht so begrenzt auf einen Genre. Also mir haben viele Sachen gefallen. Ich fand es einfach immer schön, das zu hören, was ich einfach gerade gut finde. Und habe da auch nie gesagt, ich höre jetzt nur das und ich finde nur das cool. Sonst hätte ich da in der Kleinstadt auch gar nicht überleben können, weil da war eher alles eher so Heavy Metal. Naja, es gibt auch gute Heavy Metal Bands, keine Frage. Und so war das irgendwie, dass ich diese Musik eigentlich schon immer in mir drin hatte und Musik schon immer toll fand. Ich habe dann auch mal, ich habe früher immer gesagt, ich habe im Plattenladen gearbeitet. Ich sage jetzt die reine Wahrheit. Ich habe bei Müllermarkt in der CD-Abteilung gearbeitet. Ja, immerhin. Es war eine tolle Zeit. Ich hatte zwei tolle Chefs, die auch sehr musikverliebt waren. Und wir hatten dort noch so eine kleine Vinyl- und Import-DJ-Ecke. Und das war ganz toll, da immer neue Sachen zu entdecken. Da kam jede Woche neues Zeug rein. Und das haben wir uns dann immer sofort aufgelegt und haben uns das alles angehört. Zu der Zeit war dann auch so meine Partyzeit, wo man weggegangen ist. Da hat man dann auch ein paar DJs kennengelernt, hatte ein paar DJs im Freundeskreis. Ich habe auch mal ein bisschen versucht aufzulegen, weil ich es total cool fand, dass man das vielleicht als Frau macht. Aber ich war dann doch eher immer die Tänzerin und wollte rumhüpfen und Party machen. Und so war eigentlich Musik immer so ein Teil meines Lebens. Also mich gab es ohne Musik, gab es eigentlich gar nicht. Und dann hat man angefangen, in den Clubs zu arbeiten, am Wochenende nebenher an der Bar. Und dann hat man halt ein paar Leute kennengelernt. Und dann wurde die Musik tatsächlich irgendwann mal zum Job. Also rein durch Zufall. Ich bin da reingestolpert, wie so oft in meinem Leben. Stolper ich in Dinge einfach rein. Aber die Clubs, da musstest du dann mit der Mofa noch hinfahren, um zu arbeiten? Oder bist du in der Zeit schon woanders gewesen? Ich bin relativ früh ausgezogen von zu Hause. Ich war knapp 18. Dann hat man noch so ein paar Freunde gehabt, die ein Auto hatten, wo man dann hinkam. Und bin dann auch relativ schnell in die nächste Großstadt, nach Stuttgart gezogen. Und da geht ja alles zu Fuß eigentlich. Da kann man besoffen von einem Club in den nächsten stolpern. Das ist geil. Und warum Stuttgart? Wegen der Liebe. Ich habe einen tollen Typen kennengelernt. Und dann ist man halt nach Stuttgart gezogen. Also nicht die Liebe zur Musik? Nein. Sondern die Liebe zum Mann? Ja. So, so. Aber es war die beste Zeit, um nach Stuttgart zu ziehen. Es war eine wirklich geile Zeit. Es war viel los. Es gab viel neue Musik. Es war natürlich anders als zum Beispiel in Berlin. Es war eine ganz andere Art von Hip-Hop auch. Es war ja eher so der Mittelstands-Gute-Laune-Rap, würde ich jetzt mal behaupten. Es war eine tolle Energie einfach in der Zeit da. Es gab tolle Clubs. Es gab tolle Partys. Es gab viel Musik, die aus der Stadt heraus entstanden ist. Und dadurch, dass die Stadt so klein ist, kannte man sich einfach. Also es war, irgendwie hatte man das Gefühl, dass man jetzt mit in den Charts ist. Also ich kann das gar nicht anders erklären. Es war so ein Wir-Gefühl. Ja, es war ein Wir-Gefühl, genau. Das umschreibt es tatsächlich am besten. Und damals, das war dann Anfang der 90er, als du da gewohnt hast. Ja, also ich bin, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, bin ich, glaube ich, 94 dahin gezogen. Und Ende 99 weg. Ja. Da waren die Phantas noch nicht Stars oder zu dem Zeitpunkt auch schon. Doch, da waren sie tatsächlich schon Stars. Ich habe die Phantas für mich das erste Mal entdeckt, in der CD-Abteilung von Müllermarkt in Villingen-Schwenningen. Da kam die Jetzt geht's ab Platte. Und das haben wir uns angehört. Und das, ich glaube, der Kai war damals mein Kollege, wir haben es total hart abgefeiert, weil wir das alles verstehen konnten. Rap war sowieso und Hip-Hop war cool. Tatsächlicherweise in Süddeutschland hat man ziemlich viel von dieser amerikanischen Hip-Hop-Kiste mitbekommen. Dadurch, dass wahrscheinlich die GIs und die ganzen Diskotheken da unten war, die Musik einfach ein bisschen anders gelagert in den Clubs, wenn du weggegangen bist. Und dann kam da diese Jetzt geht's ab Platte und man hat es verstanden. Und das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Und ich mochte auch die Samples, weil da ganz viel so Star Wars und so Zeug drin war. Das fand ich ziemlich cool. So der Nerdshit, der hat sehr gefallen. Ja. Tatsächlich habe ich das gar nicht als Nerdshit damals gesehen. Ich war schon immer Star Wars-Fan. Und ich weiß jetzt, dass es nerdig ist, aber ich fand Star Wars schon immer geil. Finde ich auch. Ich würde mich auch nicht so als Nerd bezeichnen, aber das ist ja das, was uns Fans anhaftet. Ja. Auch Star Trek. Ich war ein großer Star Trek-Film. Absolut, ich auch. Hey, Jean-Luc, PK, super. Conventions war ich so. Ehrlich? War ich nie. Doch, in Bonn gab es die FatCon. Wow. Da wurden so Sachen folgt. Ich war da fast nur wegen des Shoppens. Ich fand es immer geil, so Figuren zu kaufen oder einfach nur da rumzulaufen. Aber das war auch schon ein ganz schönes Geschäft, weil du musstest dir, um diese Stars, die ja da hinkommen, zu treffen, die speziellen Autogrammkarten davon kaufen und erst mit dieser speziellen, die dann irgendwie auch ein Zehner gekostet hat. Also das hat ja Eintritt gekostet. Dann musstest du dir diese Karte kaufen und dann in die Schlange stellen, um dann irgendwie ein Autogramm zu bekommen von dem Schauspieler von... Wow, das finde ich ein ziemlich geiles Geschäftsmodell. Das ist ein geiles Modell. Sollten wir uns notieren. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da sind auch schon ein paar drauf gekommen. Kannst du mal ein Foto mitmachen, ein Foto vielleicht sogar extra kosten und so. Ja, ich habe das... Warst du verkleidet? Ich war nie verkleidet. Ich hatte so ein Shirt an mit Star Trek offizielle Fakten und Infos. Das war so ein Magazin. Und ich habe es abonniert und dann so ein T-Shirt. Okay, du bist der Nerd. Ich habe es, glaube ich, nur angeguckt. Ja, ich habe ein Foto mit Darth Vader sogar. Gut, also dann bist du in Stuttgart angekommen, hast in Clubs gearbeitet und bist dann zufälligerweise... Ich dachte, jetzt kommt die Story, wie du dann zufälligerweise wem begegnet bist und dann... Ich weiß gar nicht mehr so, wie es wirklich war, weil, wie gesagt, man kannte sich so. Also man hat zumindest das Gefühl, man kennt Max Herre und man kennt den Thomas T. und man kennt den Smudo und so und die alle. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie es anfing. Auf jeden Fall war ich privat, schon, ich würde sagen, schon befreundet mit Bär und Gabi. Bär ist der Manager von den Fantastischen Vier und Gabi, seine Ehefrau. Bär Leska. Bär Leska, genau. Kennt man ja, also ich kenne ihn durch DSDS, da war ja in der fünften Staffel der Juror. Ja, auch ein dunkles Kapitel seines Lebens. Ja, der Bär war bei DSDS. Das habe ich vergessen. Verdammt. Ach echt? Okay. Ja, also den Bär habe ich irgendwie halt durch die Partys und durchs Wochenende kennengelernt. Wir haben uns gut verstanden. Und seine Frau, die hat auch in den Clubs teilweise gearbeitet, wo ich auch am Wochenende rumgeackert habe. Und so war das, dass man irgendwie so ein bisschen befreundet war. Und dann war man halt mal hier und da auf den Veranstaltungen und auf den Partys eingeladen, was immer ganz toll und ganz aufregend war. Und irgendwann hat der Bär mich angesprochen und hat gesagt, du, ich überlege mir da irgendwie was zu machen. Sag dir Def Jam was. Und das sagte einem natürlich was. Und damals war er noch gar nicht sicher, ob das in Berlin oder in Hamburg sein wird. Und das war eigentlich noch so ein Ding, was eher im Raum schwebte. Und er meinte so, er würde das irgendwie nach Deutschland holen wollen. Mit Universal zusammen natürlich. Und ob ich mir vorstellen könnte, da irgendwie ein Teil davon zu sein. Und das war tatsächlich so ein Zeitpunkt, wo ich weg wollte aus Stuttgart und mich das irgendwie alles gelangweilt hat. Und ich hatte aber irgendwie so keinen Plan, ehrlich gesagt, was ich denn will. Und dann habe ich einfach Ja gesagt. Und dann haben wir das gemacht. Dann bin ich 2000 nach Berlin gezogen. Und dann wurde Def Jam Germany gegründet. Was war dann deine Rolle da? Ich war tatsächlicherweise die Assistentin für A&R und Marketing. Und so die Office-Tante Kaffee machen war auch mein Ding. Und den Specialist die Tür aufzumachen und so. Ich habe tatsächlicherweise das ganz leere Büro einräumen dürfen. Das war echt aufregend, weil ich musste sogar Steckdosen anbringen lassen. Also hast du nicht selbst dran geschmeißt? Nee, aber es war schon sehr spannend, von dieser funktionierenden Schafferei Stuttgart-Welt zu kommen, nach Berlin, wo man mir sagt, so ja, vielleicht in drei Wochen kommen wir vorbei, wissen wir aber noch nicht. Das fand ich echt geil. Und A&R, dann hast du auch Ausschau nach neuen Talenten gehalten. Ich war die Assistentin vom A&R, aber wir waren ja ein kleines Team. Wir waren am Anfang vier Leute. Und deshalb hat man da alles wirklich mitbekommen. Und das war echt noch so, dass wir kistenweise Sachen geschickt bekommen haben. Und die haben wir uns auch freitags immer angehört. Wir haben so eine kleine Lounge gehabt, da haben wir uns hingesetzt und haben uns wirklich alle irgendwas zu trinken gemacht und haben uns dann die ganzen Sachen angehört, die uns tatsächlich auch geschickt wurden. Krass. Ja, also natürlich hatte der A&R auch seine Kontakte und seine Connections und es muss ja ein A&R haben. Aber wir haben uns echt hingesetzt und haben uns die Sachen angehört. Es war teilweise sehr lustig, aber waren auch coole Sachen dabei. Und das am Anfang total abgefahren war, wir waren ja in Kreuzberg in der Oranienstraße, da kamen echt Leute vorbei mit Tapes in der Hand. Also total oft musste ich die Tür aufmachen und dann standen da irgendwelche Dudes, die gemeint haben, wir haben gedacht, wir kommen mal vorbei und so, wir checken mal, was geht bei Def Jam. Aber das war auch offen. Also wir hatten, wir haben ja auch so eine kleine DJ-Promo dort gehabt. Der V-Mann kam dann auch zu uns mit ins Büro, der das gemacht hat. Der V-Mann? Ja, der hieß der V-Mann. Der V-Mann. Lars Vormann. Der V-Mann. So, okay, das ist schon ein Spitzname. Ja, ja, ein guter DJ-Promoter. Wir hatten die ganzen Vinyl dann, so eine ganze riesige Wand, wo die ganzen Platten hingen, die haben wir dann auch, also da waren wir echt großzügig. Ich weiß gar nicht, ob Universal das weiß. Na, jetzt wissen sie es. Der ist ja hier um die Ecke sogar dann gewesen. Gar nicht mal so pompös, ne? Nein, das war im Hinterhof in Kreuzberg in so einer Fabriketage. Also eigentlich genauso, wie es sein muss, wenn man aus Süddeutschland nach Berlin kommt, so stellt man sich das halt vor. Und genauso war es, war so ein Lastenaufzug, den man mit so einem Schlüssel und mit so einem Haken rumfahren musste. Es war total geil. Es war wirklich eines der schönsten Büros, wo ich je gearbeitet habe. Es war toll. Weil du es eingerichtet hast. Auch das natürlich. Und du hast da mit Leuten wie Jay-Z, LL Cool J, Method Man, Redman und DMX zusammengearbeitet. Ja. Also eigentlich dem heißen Scheiß zu der Zeit. Ja. Da wurdest du bestimmt ein bisschen beneidet auch von Freunden und Kollegen oder weniger. Ja, es gab bestimmt so ein paar Leute, die das vielleicht beneidet haben. Aber eher war es eher so eine Art Abfeiern. Also ich hatte natürlich noch ein paar Kontakte nach Hause, nach Stuttgart. Und das waren dann eher die Freunde, die das hart abgefeiert haben und wahnsinnig toll fanden, wenn man so Sachen erlebt hat. Aber tatsächlich, weil sie waren die ersten zwei Jahre auch in so einem, wir waren in so einem richtigen Tunnel da drin. Und wir sind auch viel zusammen ausgegangen, haben viel zusammen miteinander unternommen, sodass man gar nicht so viel nach außen gegangen ist. Das ist mir erst später aufgefallen, dass ich eigentlich zwei Jahre nur in diesem Kreis die ganze Zeit unterwegs war. In dieser Vierertruppe? Ja, es kamen ja dann so ein paar Leute mit dazu. Wir haben dann eine Praktikantin, die Nicole Jahn, mit dazu genommen. Es kam dann der Alex Gallus mit dazu, der DJ ist in Berlin und einen eigenen Plattenladen hatte in den 90ern und also Berlin aufgewachsen ist und hier jede Musik-Ecke kennt. Und dann hat man halt so ein paar Leute kennengelernt und mit denen war man dann irgendwie die ganze Zeit zusammen. Dann habe ich einen Kurvenstar angefangen zu kellnern, weil ich gedacht habe, ich muss mal ein paar Berliner kennenlernen. Ich bin hier irgendwie die ganze Zeit nur in meiner kleinen Welt. Wo war das? Wo hast du gekennert? Kurvenstar. Das ist ein super geiler, legendärer Laden in der Mitte gewesen. Das war so ein Eckhaus. Das war früher mal eine alte Feuerwehr, aber sehr, sehr, sehr lange her. Da sind die Pferde noch raus. Das hat mir der Chef irgendwann mal erzählt. Das war ein super cooler Hip-Hop-Club, so Anfang der 2000er. Ich weiß gar nicht, wann der zugemacht hat. Das war wirklich ein toller Laden. Der Plan ist auch aufgegangen. Du hast da Leute kennengelernt. Ich habe da Leute kennengelernt, ja. Das war nämlich am Anfang gar nicht so einfach. Von dieser Kleinstadt Stuttgart, ehrlich gesagt, dann schon Kleinstadt Stuttgart, nach Berlin zu kommen. Weil hier in Berlin hat sich natürlich jeder einen Scheiß dafür interessiert, ob du da bist oder nicht. Und in Stuttgart kannte ich echt jeden, an jeder Ecke, an jeder Tür, egal wo du hingegangen bist. Du hast deine Leute gekannt. Ich war eigentlich immer so ein Einzelgänger, der dann halt in so eine Gruppe dazugestoßen ist und hat man Party gemacht. Dann bin ich wieder weitergezogen. Und plötzlich bist du in Berlin. Ich war dann ja auch schon Ende 20. Und es interessiert dir halt niemanden, ob du jetzt gerade irgendwo irgendwie, es war halt so. Also vom Wir-Gefühl zum Ich-Gefühl. Ja, und das war schon erstmal schwer, muss ich echt sagen. Also es war nicht so einfach, in Berlin anzukommen. Man hat es sich tatsächlich ein bisschen fanziger vorgestellt, als es am Ende des Tages war. Es ist ein hartes Pflaster, aber wenn man es dann durchzieht, ist es super. Wie lange hat es denn gebraucht, bis du gesagt hast, jetzt bin ich glücklich hier? Tatsächlicherweise würde ich sagen so ungefähr anderthalb Jahre. Oh, das geht ja. Ja. Dann habe ich auf jeden Fall ein paar Leute kennengelernt, die auch aus Berlin waren, die ich dann auch in den Freundeskreis mit aufnehme und dann passiert das ja automatisch. Also am Anfang war ich einfach zu sehr in dieser kleinen Def Jam Welt unterwegs. Und wir waren ja alle nicht aus Berlin am Anfang. Wer war noch dabei? Wer war, gehört jetzt zur festen Truppe bei Def Jam? Marius Herz und Oliver Dallmann und dann kam, nach einem Jahr kam Heide Nagel aus Hamburg und wie gesagt, dann kam Alex Gallus und der Bär war natürlich auch immer hier und da. Der V-Mann. Yeah. War eine lustige Zeit. Und wie hast du dann mit den Künstlern gearbeitet? Also hast du mit Math und Red einen gebufft? Oder durfte es mit die MX, die Hunde, Gassi führen? Die MX hätte ich ja tatsächlich gerne mal kennengelernt, aber das hat leider nicht geklappt, dass ich den irgendwie getroffen habe. Den fand ich schon super. Das mit dem Buffen ist so lustig. Ich habe immer ganz lange so getan und das würde ich auch wahnsinnig kiffen, aber ich habe das nie vertragen. Okay, wenn ich zweimal an diesem Ding ziehe, wird mir so unglaublich schlecht. Ich bin so hardcore unkohl, ich kann nicht kiffen. Und deshalb habe ich auch nie mit Mathman, Redman oder den anderen Leuten oder Ja Rule eingebufft. Wobei die das alle wirklich sehr zu Genüge getan haben. Ich habe im Büro teilweise gedacht, Tatsächlich war es halt meistens relativ plattenfirmenmäßig ganz unspektakulär, dass die, wenn die ein Album-Release gehabt haben und nach Deutschland gekommen sind, war ja auch immer ein Kostenfaktor, dass wir dann halt Promotage mit denen hier gemacht haben. Und das war aber dann in dem Büro wirklich ganz toll, weil ganz oft haben wir die einfach bei uns in dem Büro gemacht, weil es groß war, weitläufig war. Und das war dann schon schön, wenn man die da hatte. Also ich werde es wirklich nie vergessen, als LL Cool J da in diesen Hinterhof gefahren ist und dieser unfassbar gut aussehende große Typ aus dieser Limo ausstieg, da war ich dann schon irgendwie ganz klein und dachte so, oh Gott, mein Leben ist geil. Also in dem Moment habe ich es wirklich abgefeiert, dass ich da bin, wo ich gerade stand. Und ich musste dreimal mit ihnen mit diesem Lastenaufzug rauf und runter fahren, weil die das so hart abgefeiert haben. Weil das wäre so Bronx-mäßig 80er Jahre und so, dass es das in Deutschland gibt, fanden die ganz toll. Die waren eine ganze Woche da. Mit dem waren wir dann auch auf dem Hip-Hop Open. Mit dem haben wir auch ein Video gedreht in Berlin. Also an den kam man relativ nah dran. An manch andere natürlich nicht, weil da gibt es dann immer den Manager und den Tourmanager und dann gibt es auch die Promoter aus Amiland. Und da kommt man gar nicht, als der Assistent, gar nicht so nah ran, wie man das vielleicht sich wünschen würde. Man war halt dann immer auf den Shows, auf den Konzerten. Man hat die Interviews mit denen gemacht. Das Team von Dev Jam aus New York war super. Es waren wirklich tolle Leute, mit denen wir dann auch immer so Conference-Calls hatten und mit denen telefoniert haben und uns upgedatet haben. Also es hat großen Spaß gemacht, auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Auf einer Weihnachtsfeier war dann mal Leo Cohen. Und das war dann halt auch so, wenn man sich damit beschäftigt hatte, wusste man halt, wer der Typ ist. Und der war total nett und war super angenehm und ganz offen. Und das war dann schon so die Momente, wo ich dachte, also hätte ich dir das vor zehn Jahren erzählt, wo du jetzt stehst, hättest du gesagt, geht's noch? Nein. Ja. Aber dann ging es für dich weiter. Ja. Kurz zum Film. Hat dir das nicht so gefallen? Ja, nein, nee. Also ich kann gar nicht sagen, warum, weil ich war, glaube ich, so ein halbes Jahr beim Film und das war eigentlich bei einer total netten Agentur. Und die Leute waren auch wirklich wahnsinnig nett. Aber irgendwie habe ich irgendwie so gemerkt, so nee. Und dann kam tatsächlicherweise eine Freundin von mir, die bei Universal gearbeitet hat und zu Sony gegangen ist. Und die hat mich gefragt, ob ich denn nicht bei ihr anfangen möchte und bei ihr irgendwie weitermachen. Und das habe ich sehr, sehr dankend angenommen. Wieso dann überhaupt? Dev Jam, hatten die dann schon zugemacht? Ja, wir haben zugemacht. Die erste Kündigung und die einzige Kündigung, die ich bis jetzt auch hatte, war die bei Dev Jam. Das war echt hart, dass wir dicht gemacht wurden. Ja, aber jetzt im Nachhinein ist das alles verständlich. Und das ist halt so gewesen, da waren Dinge, die man vielleicht hätte anders machen können. Und es war vielleicht auch der Zeit geschuldet. Es war sehr schade. Ich fand es wirklich sehr traurig, weil es eine ziemlich coole Zeit war. Es waren tolle Künstler. Und es waren auch ein paar Platten in der Pipeline, die eigentlich ganz geil gewesen wären, wenn sie rausgekommen wären, finde ich. Was denn zum Beispiel? Ich kann mich noch daran erinnern, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, dass Piranha das Album eigentlich, ich glaube, zwei Wochen später released hätte. Und dann war, glaube ich, noch was von Kreuzfeld Jakob am Start. Wenn ich es richtig im Kopf habe. War nicht sogar auch Sentino mal da gesigned? Exakt. Der hieß aber, hieß der noch Sentino? Sentence. Sentence hieß er bei uns noch. Okay. Sentence hieß er bei uns noch. Super talentierter Typ. Wahnsinn. Der war echt sehr talentiert. Der war so jung. Ich finde, der sieht jetzt immer noch so jung aus. Wenn ich jetzt was von ihm sehe, denke ich immer, wie alt war er, als ich mit ihm geredet habe? Weil das ist so, der ist ja jetzt immer noch so jung. Der war sehr jung. Ich glaube, Anfang 20, auch als er am Start war. Ich glaube, der war noch jünger, ehrlich gesagt. Meinst du echt? Ich habe das Gefühl, dass er noch jünger war. Wie alt ist der denn jetzt? Mitte 30 oder so? Vermutlich? Keine Ahnung. Sentence, ja. Auch guter Typ. Schade. Super schade. Aber die Alben sind dann komplett gestorben? Oder wie war das? Waren die irgendwie dann gebunden? Oder warum sind die dann nicht einfach woanders erschienen? Tatsächlicherweise weiß ich jetzt gar nicht, ob alle nicht rausgekommen sind oder nur Teile nicht rausgekommen sind. Es war halt diese ganze Umstrukturierung. Universal zog nach Berlin. Wir wurden dicht gemacht. Ich bin dann auch irgendwann ausgestiegen aus der Nummer, weil es, ich muss es echt sagen, für mich eine emotionale Kiste war. Das war irgendwie, wir haben das da so aufgezogen und wir haben aus diesem leeren Büro dieses Ding gemacht und wir waren echt ein gutes Team. Und das war sehr schade. Das ist ja dann auch immer so, dass es dann ganz abrupt so geht. Das ist jetzt so, okay, wir müssen das jetzt machen und dann wird halt ausgeräumt. Und so, dann arbeitet man da gar nicht großartig lange weiter. Und da war ich dann halt tatsächlich auch in dem Fall nur die Assistentin und weiß dann auch gar nicht, was im Prinzip der Hintergrund war und warum, wieso, weshalb. Aber ich glaube, dass das Album von Piranha später rauskam, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Ja. Und was meinst du, hätte man anders machen können, dass es vielleicht länger überlebt hätte? Das ist immer hätte, hätte, Fahrradkette, finde ich. Also im Nachhinein, keine Ahnung. Weißt du, das hat ja immer was mit der Zeit zu tun. Der eine sagt, das war ein schlechtes A&A. Der andere sagt irgendwie, man hätte das mehr amerikanisch aufziehen müssen. Also ich sehe mich nicht in der Lage zu sagen, was hätte man besser machen können und woran ist es gescheitert am Ende des Tages. Und das müssen auch andere Leute irgendwie, glaube ich, erklären und nicht ich. Also ich finde es einfach nur wahnsinnig schade. Ich glaube, wenn wir länger Zeit gehabt hätten, wäre es schöner gewesen. Aber das ist halt einfach in der Marktwirtschaft so, wenn nicht genug Kohle rüberkommt und der Kostenfaktor ist zu groß, dann muss man halt irgendwann mal sagen, dann machen wir jetzt einen Break. Und wahrscheinlich war es so. Und das ist halt schade. Aber es ist in der freien Marktwirtschaft, es ist halt einfach so. Gerade auch, wenn das Unternehmen amerikanisch ist. Also da hat man auch andere Beispiele, wie jetzt eben auch Noisy und auch andere, die dann halt gar nicht mal so viel Zeit geben, sondern glaube ich eher diesen Startup. Hey, wenn, dann muss es explodieren und wenn es nicht explodiert, dann lassen wir es halt. So sieht es aus, genau. Also das waren dann knapp zwei Jahre, die du da ... Zweieinhalb Jahre ungefähr waren es, ja. Ist auch recht kurz. Ich mache Thematakt jetzt auch zweieinhalb Jahre und habe jetzt erst das Gefühl, dass da Leute wirklich zuhören. Vorher war es auch immer noch so ein bisschen so, ja, ich sehe zwar, dass da Leute runterladen, aber so viel Feedback kommt da noch nicht. Also man braucht wirklich auch Zeit, um Sachen aufzubauen. Ja, absolut. Und man muss sich ja auch finden und das Team muss sich finden. Und man muss ja ... Ich meine, die Künstler, die liegen ja nicht irgendwo auf der Straße rum. Also man muss ja Dinge auch einfach mal aufbauen. Und dann findet man vielleicht irgendwie einen Künstler und dann muss man den vielleicht noch mal mit ins Studio nehmen. Dann muss noch mal geschrieben werden. Das ist ja auch alles ein kreativer Prozess, der stattfinden muss, der dann auch gar nichts mit dem A&I an sich zu tun hat. Also das dauert halt alles seine Zeit und es war schade, dass man die nicht hatte, würde ich mal sagen. Was war denn eigentlich der Auftrag davon? Also die haben gesagt, zum einen Betreuung unserer US-KünstlerInnen und zum anderen ... Und selber auch Künstler finden, genau. Aber deutschsprachige dann wiederum? Ja. Nein, nö, also ich glaube nicht, dass es da eine Vorlage gab, dass die Deutschrap machen müssen. Nee. Aber keine Englischsprachigen jetzt? Also UK meinst du jetzt? Nee. Genau, also ... Aber ich glaube schon, dass es ein englischsprachiger deutscher Künstler hätte sein können. Okay. Also da gab es keine Vorlage. Aber das war ja sowieso eher die Zeit, wo dann der Deutschrap wirklich immer mehr Mainstream auch wurde und da wäre es ja blöd gewesen, dann jetzt irgendwie was großartiges Englisches zu machen. Also da war tatsächlicherweise auch die Zeit, wo wahnsinnig viel los war. Auch in Berlin tatsächlich viel los war. Es gab ja auch außer Rap-Teil keinen, der es gemacht hat, auf Englisch zu rappen. Dann bist du lieber zu Sony Music International Division. Ja. Hattest du auch allgemein mehr Lust auf internationale Künstler und weniger auf Domestik? Nee, das war tatsächlicherweise, weil die Freundin, die mich da hingeholt hat, einfach die International Division gemacht hat und die hat mich damit ins Boot zurückgenommen. Und ich habe am Anfang wahnsinnig viel International gemacht und bin jetzt, glaube ich, eher so wieder so die Nationale. Also das ist halt, wie gesagt, also das passiert halt einfach alles immer bei mir. Ich habe mir das nicht ausgesucht, nee. Aber es hat doch auch Spaß gemacht. Und was hast du dann da gemacht? Also unter anderem, aber das kam dann, glaube ich, ein bisschen später, eben auch eine DJ-Promotion-Abteilung aufgebaut. Der Anfang war tatsächlicherweise, diese DJ-Promotion-Abteilung mit Markus Ruschmeier zu machen. Der jetzt auch unter anderem Paul Kalkbrenner managt. Genau. Ja, also das war dann tatsächlich auch eher so ein bisschen Elektro, Elektromusik-lastig. To the Roots, wie hast du auch gesagt, hey, ich hatte mal eine Band und deswegen passt das ganz gut. Ja, Techno geht immer. Und da haben wir dann diese DJ-Promotion-Abteilung aufgebaut. Das hat großen Spaß gemacht, weil wir waren dieses kleine Zweierteam und hatten dann halt wieder viel mit Vinyl zu tun, wieder viel mit DJs und Clubs zu tun. Das war dann halt wirklich so die Platten rausschicken, dann hast du deine Listen gehabt, und dann hast du die angerufen und dann hast geguckt, dass du irgendwie in die DJ-Charts reingekommen bist. Und das war halt sehr nah immer an den DJs dran, mit denen telefonieren. Und also das war so im Prinzip das erste Mal, wo ich dann so in diese Promoterrolle reingekommen bin. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt, weil ich halt wahnsinnig viel und gut reden kann. So, ich glaube, ich wäre auch ein super Autoverkäufer geworden. Ich verkaufe einfach gerne Dinge und wenn ich die dann toll finde, wie Musik dann, also ich finde, so ein Promoter ist eigentlich eher sowas wie so ein Verkäufer. Und ich verkaufe das dann einfach gerne. Und ich mag auch gerne die Feedbacks und rede dann mit den Leuten drüber. Und das hat großen Spaß gemacht. In der Zeit ist auch viel bei Sony passiert und es ist viel ausprobiert worden, was man machen kann. und dann wurde zu der Zeit auch immer stärker, dieser Online-Bereich, dieses Internet wurde immer wichtiger. Und dann hatte ich tatsächlich die Chance, in die Online-Promotion mit einzusteigen. Mit einer total lieben Kollegin, der Ilona, die mir wirklich das von der Pike auf beigebracht hat. Mit der saß ich im Büro zusammen und die hat mir das alles wirklich erklärt. Da hat man noch bei web.de und bei AOL und so die Platten versucht zu platzieren. Ach so, auf deren Homepages. Ja, genau. Also da gab es noch gar nicht so wahnsinnig viel, wo man jetzt die Musik unterbringen konnte. Und das war auch eher noch so ein, ja, es war so ein Add-on, ne? Es war so ein nice-to-have-Ding. Es war eher so diese Nische, die da bemustert wurde. Da hat man jetzt auch nicht so den großen Mainstream am Anfang gesehen, sondern das war eher so das kleine Zeug, was man da gemacht hat, ist aber dann relativ schnell dann doch relativ wichtig geworden, um ehrlich zu sein. Also das war, ich würde mal sagen, im Nachhinein waren das fast irgendwie so nur zwei, drei Jahre, wo das wirklich so, die Kurve von Print ist super, super wichtig und online eher so da unten, dass es dann immer mehr so in diese Richtung gegangen ist. Und jetzt ist es ja mittlerweile komplett umgekippt. Also das hätte man am Anfang ehrlich gesagt nicht vermutet, als es, das war echt noch nicht, das war halt so, ja, schön. Wie lange es dauert, bis ein Bild lädt und sowas. Ja, und war jetzt auch noch nicht so wahnsinnig crazy, wenn man da dann eine Rezension irgendwo untergekriegt hat. Das wurde dann noch nicht so hart abgefeiert. Aber nochmal zurück zur DJ-Promo. Also was war denn, also die Abteilung aufbauen? Die Abteilung war dann am Ende noch größer oder war Abteilung im Prinzip einfach auch, das kann auch eine Person am Ende machen, wir wollen nur einfach eine Stelle dafür schaffen? Ach, du, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was denn irgendwie tatsächlich, ich glaube, das war, da wurde immer so oft umstrukturiert. Und dann wurde, glaube ich, international und domestic wieder zusammengelegt. Und dann wurde, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, es waren so viele Partys dazwischen, wurde das eher so eine Art Urban-DJ-Abteilung, so eine eigene, wo dann auch wirklich PMs dran saßen und die Themen auch wirklich intensiver gearbeitet wurden. Also da hat ja dann auch viel in der Musik an sich stattgefunden, dass dieses Urbane immer Mainstreamiger auch wurde und immer wichtiger wurde und dann hat sich das so ein bisschen verändert alles. Also früher waren auch diese ganzen DJs, war Powerkackbrenner auch dabei? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, weil das habe ich erst alles später mitbekommen, als der Roshi dann unterwegs war, dass der dann irgendwie so ein voller krasse Manager plötzlich. Also ihr hattet aber, da hat es auch eher Underground, war die DJ-Szene auch im Technobereich dann ähnlich wie die Rap-Szene, eher so ein, ich sag mal schon eine große Kultur, aber halt nicht Mainstream. Kann man das vergleichen? Man kann es vergleichen, es gab beides. Es gab auf jeden Fall diese Indie, mehr Indie-Elektro und mehr klein-nischig, aber es gab auf jeden Fall auch den Mainstream und hat natürlich versucht, in den Mainstream reinzukommen. Die Großraum, natürlich auch die Großraum-Disco. Also es ist natürlich super, wenn es der geile, angesagte Indie-DJ auflegt und im coolen Club läuft, aber es war natürlich auch wichtig, die Nummer wirklich auch in den Großraum reinzukriegen und in die großen DJ-Charts reinzukriegen. Und das waren dann halt auch die, keine Ahnung, 10-Center oder wie sie alle heißen, wo dann halt der DJ Olli auflegt und halt jedes Wochenende einfach mal 25.000 Leute durchschleusen. Also war dann halt schon auch wirklich wichtig, dass es in den Clubs auch läuft und dass es in den Mainstream reingeht. Das war eher so eine vorbereitende Sache. Man hat so ein paar Tracks und ein paar Nummern halt da ausprobiert und wenn es da funktioniert hat, dann hat man geguckt, dass man vielleicht noch mal ein bisschen ins Marketing reinsteckt, hat geguckt, ob man eine Online-Promo mit oben drauf packt, hat geschaut, ob es dann vielleicht nicht doch in den ein oder anderen Printmedien stattfindet. Das ist ja, diese Promotion hilft sich ja immer gegenseitig und man fängt ja irgendwo an. Damals war es eben halt ganz oft im Club und in der DJ-Promo und dann ging es weiter im Prinzip und dann hat man natürlich schon versucht, dass man das in diese Welle reinkriegt, dass dann der nächste Promoter weitermachen kann und schon mal ein Argument in der Hand hat. Jetzt muss ich noch mal fragen, vielleicht habe ich es einfach falsch verstanden. Das heißt, ihr habt gar nicht versucht, DJs zu promoten, sondern ihr habt versucht, die Musik an DJs ranzubringen. Die haben sozusagen die Platten von uns gekriegt. Okay, jetzt verstehe ich auch. Okay, ich dachte, die DJ-Platten hättet ihr rausgeschickt und so weiter. Das wäre auch ziemlich cool gewesen. Also es war so ein bisschen wie ein kleines Mini-Radio, das ihr versucht habt, ihr wollt in die Airplay-Charts vom DJ. Genau, da gab es und gibt es immer noch Charts. Ich beschäftige mich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel damit. Ich weiß nicht, ob es die alle noch gibt, die es damals gab, aber es gab auf jeden Fall unterschiedlichste. Es gab auch Black Charts und es gab die Dance Charts, es gab die Urban-Hasnische Seen, die DBC und Dildice und wie sie alle hießen. Und da gab es spezielle DJs, die dafür voten durften. In der Juice war es auch mal vor Ewigkeiten. Da gab es auch gewisse DJs, ich glaube, das hat gewechselt, aber da gab es dann auch irgendwie die Top Ten Songs da drin. Genau. Und du hast natürlich geguckt, dass du auf jeden Fall breit bemusterst, dass es überall läuft, aber hast natürlich auch versucht, bei den DJs, die eben diese Charts tippen dürfen, dass die eben auch deinen Track halt tippen, weil wenn das getippt wird, rutschst du in die Charts rein und hast dann halt Argumente für die anderen Kollegen. So ein bisschen die Spotify-Playlist der Influencer. Das war so Anfang der 2000er, genau. Ah, okay, ich verstehe. Ja. Und in der Online-Promo, da hast du jetzt schon ein bisschen angeschnitten, wie das da lief, weil ich habe mich auch gefragt, so boah, das war dann wahrscheinlich um den Dreh 2003, 2004 und da gab es ja Facebook, YouTube, Instagram, alles noch nicht. Also wie sah das denn überhaupt aus? Selbst die Juice hatte, glaube ich, einfach nur so eine Homepage. Also du bist da draufgegangen, da konntest du Abo abschließen, ich glaube, das war es. Bis 2007 hatten die, glaube ich, nichts da drauf. Ja, ja. Es gab tatsächlich ziemlich wenig Flächen. Also es war wirklich, es war T-Online, AOL, Gmx, Freenet, Web.de. Yahoo. Yahoo. Yahoo war super wichtig, weil Yahoo war fast wie ein Musikmagazin. Also die waren sehr schnell am Start und haben sehr viel Inhalte tatsächlich auch selbst gemacht. Haben auch Interviews gemacht relativ früh und haben auch eigene Formate entwickelt. Ich habe die erste Mucke auch auf Yahoo gesehen. Also ich weiß noch, dass die vor YouTube so Musikvideos angeboten haben. Ja, die waren super, super wichtig. Wenn du bei Yahoo reingekommen bist, hast du auf jeden Fall im Büro abgedanzt, weil es auf jeden Fall geil war. Das war ein gutes Team. Es waren auch, glaube ich, echt ein paar Leute, die da unten zu der Zeit gearbeitet haben. Es war in München, saßen die. Und das war echt, eine total wichtige Plattform war tatsächlicherweise Yahoo. Und dann kamen immer mehr Plattformen und Medien dazu. Das war auch noch vor den Musikblogs und so. Das kam alles erst später. Laut.de.de gab es schon sehr früh, ne? Ja, laut.de war eins der ersten. Nach wie vor auch unabhängig. Also da hast du auch nicht mit Marketing oder irgendwie sowas machen können. Das war aber am Anfang, als ich mit der Online-Promo angefangen habe, auch noch gar nicht so dolle mit dem Marketing. Das kam dann ein bisschen auf, dass man dann so ein bisschen eine kleine Werbung oben schalten kann und so. Laut.de war sehr früh am Start, ja. Und wie lange hast du den Job dann gemacht? Bis 2005. Also ein, zwei Jahre auf. Ja, glaube ich. Zwei Jahre waren es so. Zwei Jahre ungefähr, ja. Waren fast immer eine Zwei-Jahre-Stationen. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist alles schnell. Also ich hätte den Job, glaube ich, auch noch weiter gemacht. Aber dann kam die nächste Umstrukturierung und die Sony hat mit der BMG zusammen gematcht. Also sie haben sich zusammengetan und sind nach München. Und ich wollte auf gar keinen Fall nach München. Und jetzt sind sie ja wieder hoch mit dabei. Ich wollte auf gar keinen Fall nach München. Und die Promo-Chefin damals, super nett, die hat damals zu mir gesagt, mach dich doch selbstständig. Ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, um ehrlich zu sein. Und sie hat gemeint so, ich kann dir nichts versprechen, aber so ein, zwei Themen kann ich dir jetzt erst mal geben und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Damals gab es noch dieses Gründergeld vom Arbeitsamt. Und dann habe ich halt gedacht so, naja, jetzt probierst du es mal für sechs Monate aus und wenn es nicht klappt, gehst du halt wieder kellnern oder so. Also ich bin da relativ unbedarft und spontan an die Sache rangegangen und habe dann da mein Konzept geschrieben und bei der IHK abgegeben und habe mich dann selbstständig gemacht mit damals Online-Promotion. Nur Online-Promotion ganz am Anfang. Und hast du es DevNash genannt, um eine DevJam-Referenz? Ja, bei DevJam haben wir an so einem Projekt gearbeitet, das hieß DevCity. Das war im Prinzip so eine interaktive Welt, in die man sich einloggen konnte. Man konnte da mit uns chatten. Es war wie so eine Welt. Wir hatten uns das so vorgestellt, wenn es fertig geworden wäre, dass man darüber auch Merchandising kaufen kann, Platten kaufen kann, Tickets kaufen kann und in so einer Welt drin ist. Und mein Avatar hieß dort DevNash. Und ich habe ewig hin und her überlegt, wie nenne ich mich denn das? Mach ich denn jetzt da draus? Und mein Herz hing einfach immer noch da dran. Dann habe ich gedacht, ich mache einfach DevNash Entertainment draus. Und das hast du dann aber auch mit Bear Leska gegründet? Nee, das habe ich ganz alleine gemacht. Ich ganz alleine. Und dann, ich glaube, ich habe drei Monate oder vier Monate vor mich hingewurschtelt in meinem Homeoffice in Mitte. Und dann rief der Bär bei mir an und hat das mitbekommen gehabt. Ich habe gehört, du hast dich selbstständig gemacht und wir strukturieren uns gerade ein bisschen um und hast du denn nicht Lust, eigentlich als Assistentin für die Fantas anzufangen. Er wollte halt jemanden haben, der ihn kennt, zwischen der Band und ihm so ein bisschen E-Mail-Verkehr und bla, 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 was halt so eine Assistentin macht, wenn die Plattenfirma irgendwas haben will. Und die kannte ich ja. Und so war tatsächlicherweise mein Glück, dass ich, glaube ich, vier Monate selbstständig war und dann die Fantas auf meinem Portfolio hatte. Also das war wirklich Sechser im Lotto, um ehrlich zu sein. Und das reicht dann ja auch fast schon, um einfach erst mal voll zu arbeiten, oder? Je nachdem. Naja, also am Anfang haben wir da noch einen relativ entspannten Deal gehabt und, aber es hat halt wahnsinnig geholfen, dass andere Bands gekommen sind, andere Auftraggeber auf dich zugekommen sind. Weil du hast dann halt oft mit Leuten zu tun, wenn du den Job machst und dann poppt halt dein Name immer mal wieder auf und dann ist es einfach so passiert, dass dann einfach viele mich gefragt haben, so machst du das nur für die oder kann man dich auch buchen? Und so ist das im Prinzip passiert. Und die nächste Platte, die dann kam, da hat, ich glaube, der Smudo war es damals, mich gefragt und hat gesagt, sag mal, machst du nicht auch Promo? Und ich, ja, das mache ich eigentlich hauptsächlich. Und dann hat er gemeint, ja, dann mach doch die Promo auch für das Album mit. Das macht doch total Sinn, da dann die Promo dafür zu machen. Und das war natürlich dann richtig geil. Also dann auch für Solo-Sachen? Nee, das war am Anfang tatsächlicherweise die Fanta 4-Platte. Und dann dazwischen war dann auch mal, danach kam Thomas D. Solo-Album, das habe ich dann auch gemacht. Ja, also das war dann, jetzt bin ich auch schon 15 Jahre dabei mit den Jungs bald, ja. Und wie hat sich das mit denen entwickelt? Also auch gerade da ist es ja auch eine räumliche Distanz, weil die alle so ein bisschen verstreut wohnen. Ja. Aber ihr habt euch dann auch schon getroffen, um irgendwelche Strategien zu schmieden? Oder sind die da gar nicht so involviert gewesen? Doch, doch, doch. Die Fantas sind tierisch involviert in alles. Das sind voll die Schaffer, das sind Schwaben. Wir telefonieren einfach ganz viel und viel funktioniert über E-Mail. Also das ist einfach eine ziemlich, eine technische Band, würde ich jetzt mal sagen. Wir treffen uns natürlich dann schon auch so zu Strategiesachen oder wenn es dann was Neues gibt, dann trifft man sich mal beim Bär oder man trifft sich mal in Berlin. Der Michi wohnt ja auch in Berlin. Mit dem hat man dann auch öfter mal was zu tun, wenn es um ein paar Sachen geht. Aber ganz ehrlich, das meiste funktioniert über E-Mail oder Telefonieren. Also da muss ich dem Smudo nicht in die Augen zugucken. Da verstehen wir uns auch so. Und auf Tour natürlich. Also wenn du dann auf Tour mit dabei bist, dann lernt man sich einfach auch kennen und schätzen. Smudo guckt ja eh nicht in die Augen. Der ist dann ja oft irgendwie am Nebenbei daddeln, habe ich in der Doku gesehen. Der Smudo ist einfach, der ist so ein total durchgeknallter, multifunktioneller, keine Ahnung. Der ist wie so ein Roboter manchmal. Der kann irgendwie alles gleichzeitig. Der ist echt total krass. Ja, der kann alles. Der kann E-Mails schreiben, telefonieren, daddeln, zuhören und plant seine Flugroute für übermorgen schon wieder. Und der hat das alles auf dem Schirm. Dem brauchst du nichts vormachen. Also wenn du denkst so, du kannst jetzt sagen, ah ja, das kam jetzt erst auf, dann weiß der, dass er vor zwei Wochen mit dir darüber gesprochen hat. Der ist echt sehr, sehr, sehr schlau. Und du bist da PR-Managerin und auch für die Koordination aller PR- und Marketingaktionen zuständig. Und da habe ich auch direkt an große Plakate in Berlin auf jeden Fall gedacht. Auf denen steht, die Fantastischen 4, 30 Jahre live, exklusiv für alle jetzt Tickets in deine Aldi-Filiale sichern. Yo! Wie kommt man denn auf die Idee? Das müsstest du eigentlich den Bär fragen. Das sind große Sachen, die tütet der Bär ein. Dafür hat man ja auch ein Management. Ich finde es auf jeden Fall einen total geilen Move. Weil es ja im Prinzip total logisch ist. Das ist halt so das neue Tickethäuschen. Und ein Aldi gibt es überall. Also das ist ja sowas ähnliches wie, die Bild liest ja auch keiner. Und bei Aldi geht ja angeblich auch keiner einkaufen. Die gibt es überall. In jeder Stadt, in jeder Kleinstadt gibt es ein Aldi. Und ich finde es total sinnvoll, dort Tickets zu verkaufen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir sind die Ersten gewesen. Ja, wir waren die Ersten. Und das hat sehr gut funktioniert. Natürlich gibt es Leute, die das doof finden. Es ist immer Haters gonna hate. Es gibt immer Leute, die was Neues erstmal total ablehnen. Weil warum ist es denn jetzt nicht, wie es immer war? Und wahrscheinlich war das damals, als es Eventim neu gab, auch, dass Leute gejammert haben, jetzt muss ich online mir eine Karte kaufen. Sieht die denn dann so schön aus wie die, die ich im Tickethäuschen kaufen kann? Es gibt immer Leute, die den Fortschritt doof finden. Aber ich finde es eine total logische, neue Plattform, Karten zu verkaufen. Ich finde es absolut sinnvoll, ehrlich gesagt. Bis jetzt gibt es ja, ich habe da gerade auch nochmal nachgeschaut, gibt es ja nur. Also ist es ein Ding, dass Aldi das aufbauen möchte für andere? Im Moment ist es ja, glaube ich, rein Fanta 4. Und da dachte ich so, ah, okay, es ist schon. Da musst du Aldi fragen. Da muss ich Aldi fragen. Nächstes Mal im Interview. Ich kann dir einen Kontakt herzlichen. Der Bär schmeißt mich raus, sagt Quatsch. Was für Kampagnen und Strategien hast du denn mit den Fanta's gemacht, die sich vielleicht auch von der Standard-Promo unterscheiden? Puh, ha, jetzt kommt's. Also mit den Fanta's, die sich, wow. Okay, also ich finde, als allererstes muss man sich erstmal überlegen, wer denn die Zielgruppe ist. Und wenn du die Zielgruppe hast und weißt, dann kannst du auch so PR-Maßnahmen und Marketing-Maßnahmen planen. Also ich behaupte jetzt mal, dass sowas, was Casper und Materia gemacht haben mit dem Wagen, da vor diese Stadien fahren, ich weiß nicht, ob das bei den Fanta's so wahnsinnig funktioniert hätte, wie jetzt bei den beiden. Weil ich glaube, dass einfach die Fans viel eher Zeit haben, da hinzugehen, wie die Fans von den Fanta's, um ehrlich zu sein. Also man muss das komplett unterscheiden, wer deine Zielgruppe ist. Und deshalb sind jetzt, glaube ich, total verrückte und wahnsinnige Strategien. Also viel entwickelt sich auch daraus, was dann auf dem Album drauf ist und was man aus dem Album wieder rausziehen kann und was da an Inhalten gegeben ist. Also wir versuchen schon auf jeden Fall, jetzt nicht den normalen Standard zu machen, aber trotzdem muss man den Standard auch mit bedienen. Und was habt ihr dann zum Beispiel aus dem Album rausgezogen, um das Teil der Promotion zu machen? Teil der Kampagne? Also das Letzte war ja zum Beispiel dann irgendwie sozialkritischer. Habt ihr das dann auch irgendwie bewusst benutzt oder findet man das dann in den Promotexten einfach wieder? Tatsächlicherweise findet man das natürlich im Promotext wieder und du bist natürlich in der total glücklichen Lage bei so einer bekannten Band wie den Fanta's, dass das sehr schnell von alleine aufgenommen wird. Also man muss da jetzt nicht mit dem Dampfhammer drauf hauen und sagen, du hör dir doch mal dieses Lied an, weil in diesem Lied, glaube ich, ist jetzt was für dich mit dabei. Sondern da ist man natürlich in dieser wunderbaren, glücklichen Lage, dass die Leute das auch ein bisschen für sich selber entdecken. Und das finde ich auch immer das Schönste, wenn man jetzt nicht so die Story vorgibt, sondern wenn der Journalist das für sich selbst entdeckt und für sich selbst auch analysiert vielleicht. Ich finde es immer total spannend, wenn du ein neues Album hast und dann die ersten Interviews machst, was für unterschiedliche Fragen von den Journalisten kommen und was für eigene Interpretationen die auf so einen Song haben. Also das finden die Fanta's teilweise auch wirklich spannend und sagen so, ach, okay, wow, das hast du so gesehen, spannend. Das ist toll, dass ich das bei den Fanta's so arbeiten kann. Man muss natürlich bei einem Newcomer ganz anders arbeiten. Da muss man sich dann schon mal so ein paar Sachen rauspicken und sagen so, hör dir den Song mal an, der hat eine gute Botschaft, der hat eine geile Message. Vielleicht wäre das was für euer Blatt oder für eure Plattform. Das muss ich bei den Fanta's tatsächlicherweise nicht machen. Das ist schön, dass ich das selbst entwickeln kann. Da ist, glaube ich, die Strategie eher, wo gehen wir hin und wo gehen wir nicht hin? Mit wem arbeitet man zusammen? Und in welchem Rahmen arbeiten wir damit zusammen? Also zum Beispiel The Voice war, das war auch ein Ding, was sich entwickelt hat. Und das hätte man nicht gedacht, dass das so, also ich hätte echt nicht gedacht, dass das so einschlägt, dass das so viel noch mal mehr bringt. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, wie war die Geschichte hinter The Voice? Ich glaube, als erstes war Michi angefragt oder Smudo. Also es war, glaube ich, schon so zwei, drei Jahre, dass die Jungs angefragt wurden, bevor sie tatsächlich gesagt haben, sie können sich das vorstellen zu machen. Die waren auch einzeln angefragt. Und ich glaube, dass der Smudo gesagt hat, ich könnte es mir, wenn, dann nur in einem Doppelstuhl vorstellen. Ich glaube, dass es so gewesen ist. Und dann wurde das natürlich intern besprochen. Machen wir das? Machen wir das nicht? Und dann, als man sich entschieden hat, wir gehen den Weg und wir machen das zusammen. Das hat auch tierisch viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr lustig, überhaupt diese ganzen Aufzeichnungen in so einer komplett anderen Welt drin zu sein, weil es ist wirklich eine ganz andere Welt. Ich habe ein paar Fotos von dir gesehen, dass du das einmal wieder dokumentiert hast. Ja, das war total, total lustig. Und auch spannend, mit den anderen Leuten zusammenzuarbeiten, mit den Talenten, mit den Leuten, die da so rumspringen. Es war auch eine lustige Gruppe um einen tatsächlich drumherum. Und es war echt, natürlich benutzt man das auch als Marketing und als PR-Tool. Es wäre ja blöd, wenn man das nicht macht, wenn man in so einer Primetime-Sendung drin ist. Die Jungs sind super gut angekommen, weil sie so sind, wie sie sind. Die Fanta-Dudes, die lustig und nett sind. Und wir haben eine echt geile Tour danach gespielt. Also das war echt toll. Also man hat dann auch gesehen auf Facebook und auf Instagram, dass da ganz viel stattfindet. Also dass da tatsächlicherweise dann doch Leute zugucken, die Musik gut finden und dann auch nochmal was für sich entdecken. Auch da, Hate is gonna hate, da haben natürlich am Anfang auch Leute gesagt, jetzt seid ihr bei einer Castingsendung und bi, 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 bi. Sellout. Sellout und wie das ja alles immer so schön heißt. Da haben die gesagt, unser Manager war doch schon viel früher in einer Castingsendung. Naja, das steht auf einem anderen Blatt. Nee, also es hat tatsächlicherweise Marketing und PR, also von der Reichweite her ist es super. Und hat sich das Publikum auch verjüngt, würdest du sagen? Weil ich denke jetzt so, boys gucken junge Leute. Ja, doch, würde ich echt sagen. Also tatsächlicherweise ist es mir auf der Tournee danach direkt aufgefallen, dass wirklich viele jüngere Leute wieder, also auch vorne abfeiern und mitgehen. Tatsächlicherweise ist es mir aufgefallen, dass es sich echt noch mal einiges verjüngt hat. Und dann hast du 2009 zusammen mit Berleska auch den Preis Lea Live Entertainment Award bekommen als bestes Künstlermanagement. Haben die da auch nochmal eine spezielle Begründung gesagt? Weil 2009 ist jetzt ja genau zehn Jahre her. Ich glaube davor, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir die Fornica Promotion gehabt. Ich hatte einfach wahnsinnig viel mit den Leuten, glaube ich, zu tun, die damit zu tun haben, dass man da nominiert wird. Und dann habe ich diese Information bekommen, dass wir da nominiert sind, dass ich da mitnominiert bin. Und dann habe ich gesagt, naja, aber ich bin ja gar nicht des Management, das ist ja der Bär. Und dann, ja, nee, wir wollen dich da aber unbedingt mit dabei haben und dich da auch mitnennen, weil du warst dieses Jahr, hat man dich irgendwie die ganze Zeit mitbekommen. Und dann war ich erst, ich war völlig von den Socken und habe den Bär angerufen und habe gesagt, du, hör mal, so und so sieht es aus. Und der hat gesagt, das finde ich super, das machst du. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du bist doch der Manager. Nö, gehen wir jetzt zusammen hin. Und dann sind wir da zusammen hingegangen und ich war so hammer, ich war so unglaublich aufgeregt. Ich war total weird alles. Ich habe auch nicht den Mund aufgekriegt, der Bär hat sich bedankt. Ich stand einfach nur grenzdebil daneben und habe dieses Ding in der Hand gehabt. Und das war natürlich, also es ist natürlich eine schöne Ehre und man merkt dann, dass da draußen so ein paar Leute sind, die irgendwie auf dich aufmerksam geworden sind und das irgendwie ganz gut finden, was du da so machst. Und also es hat mich sehr geehrt, tatsächlicherweise. Aber ich fand es eigentlich eher auch ein bisschen unangenehm, weil ich ja nicht das Management bin. Ja, aber Management muss man ja auch definieren. Also gerade wenn man Teil vom Management ist, kann man schon sagen, dass man auch Management ist. Wir sind auch tatsächlich ein tolles Team und wir sind da, ich sage da immer gerne mal so Bereichsscheißerei dazu. Also das ist ja immer nur so ein Titel. Man braucht da ja so einen Titel, dass es da irgendwo so draufsteht, dass die Leute wissen, wer bist du denn so. Aber im Prinzip arbeiten wir einfach alle toll zusammen. Der Bär und dann gibt es noch den Sebastian Winkler, die sitzen in Stuttgart, die sind fürs Marketing und für die Strategie zuständig. Und wir sprechen uns einfach toll ab, auch mit der Booking-Agentur und auch mit der Band. Da wird über alles miteinander gesprochen und ausgedengelt. Da geht es wirklich von, welche Tonschuhe ziehen wir an, über der Bus wird genommen und plakatieren wir hier. Also es wird alles zusammen besprochen. Und da darf auch jeder seine Meinung dazu sagen und jede Meinung wird auch angehört. Ich bin die einzige Frau in dem Team irgendwie, also so jetzt in einem engeren Kreis. Das ist nie ein Thema. Wenn es ein Thema ist, dann ist es eher, was ist denn deine weibliche Sicht zu der Sache? Und das finde ich super positiv. Und es ist sehr, es ist sehr familiär, aber trotzdem auf einem beruflichen Level. Also man kann sich dann auch mal ankacken und mal was doof finden. Da ist dann aber auch keiner beleidigt. Und es läuft alles trotzdem auf einem wirklich guten, professionellen Level. Aber es ist auch so, dass man sich dann auch schon mal zum Geburtstag einlädt. Doch schon. Ja, doch schon. Aber jetzt auch nicht immer. Man ist jetzt nicht verpflichtet, immer alle zum Geburtstag einzuladen. Nur zu Runden und zum Schnapszeit. Ja, 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 genau. Genau, genau, genau. Und wie hat sich die Arbeit in den letzten 15 Jahren so verändert? Also wenn du dir an das erste Album, was du mit denen gemacht hast, denkst und an das letzte, was ja auch genau letztes Jahr rauskam, da haben sich auch unfassbar viele Sachen alleine durchs Internet verändert. Aber ist die Arbeitsweise dadurch auch ganz anders geworden oder hat sich das mehr oder weniger nur auf einen anderen Kanal verlegt? Ich würde sagen, dass es irgendwie breit gefächerter geworden ist, dass man sich nicht mehr so fokussiert auf so einzelne Bereiche, sondern dass man wirklich, man braucht eine lange Strategie, man muss lange drüber nachdenken und man muss Flächen lange auch buchen. Alleine von der Tour buchen, in den Vorverkauf geben. Das hast du ja, das machst du ja teilweise heute anderthalb Jahre, bevor die Tour losgeht. Das ist ja auch mittlerweile echt total weird. Das ging früher schneller? Ja. Also ich weiß noch ganz, ich weiß gar nicht, welche Tour das war, wo ganz viele Journalisten sich bei mir akkreditiert haben und ich immer gesagt habe, dir ist schon klar, dass es erst nächstes Jahr ist. Die waren völlig, die waren völlig ballerballer. Die haben wie anderthalb Jahre im Vorverkauf, aber es musst du mittlerweile einfach machen. Also weil es ist halt, die CD-Verkäufe gehen zurück, Streaming is the shit und Geld verdient wird mit Tourneen und Konzerten. Und dann muss man, dann sind die Dinge halt auch ausgebucht und dann musst du halt auch rechtzeitig in die Locations buchen und in den Vorverkauf gehen. Das ist ganz einfach. Die Timings verschieben sich einfach ein bisschen und man muss einfach breiter auch arbeiten. Also man muss viele Flächen beackern, um an die Menschen ranzukommen. Das hat sich ja in den letzten 20 Jahren einfach schon so viel getan. Diese ganzen Fernsehprogramme, die es gibt, Radio, Radio gibt es auch übers Internet, es gibt tausend Streaming-Varianten, es gibt tausend YouTube-Channels, es gibt irrsinnige Möglichkeiten, Musik zu konsumieren. Und du musst da ja überall irgendwie mindestens zwei, dreimal drin stattfinden, um dass du überhaupt auffällst bei irgendjemandem. Also das reicht ja nicht, wenn du dann irgendwie vier, fünf Rezensionen in irgendwelchen Printmedien hast und irgendwie in drei, drei, vier Blogs stattfindest. Du fällst da nicht auf. Also du musst dann schon ein bisschen gezielter, ein bisschen geballter auf einen Release hin arbeiten, in die Breite gehen und auch wirklich gucken, dass du großflächig auf den Punkt ein paar Leute erreichst, dass dann wirklich jeder mitbekommt, ah, also es muss das Plakat rechtzeitig gebucht werden, die Werbung muss rechtzeitig geschaltet werden, die Rezensionen sollten rechtzeitig draußen sein, die Interviews müssen rechtzeitig gemacht werden. Es wäre super, wenn die Airplay-Charts in dem Fall auch schon richtig gut funktionieren, dass einfach, dass du nicht dran vorbeikommst. Weil als Ortonormalverbraucher ist einfach die ganze Zeit was da. Meine Geschwister und meine Mutter sind immer ein super Indiz. Die frage ich dann immer, ob sie irgendwas mitbekommen haben. Und wenn meine Mutter weiß, dass die Fantas auf Tour gehen, waren wir am Start. Und die Neffen noch nicht so wichtig. Ja, die hören andere Musik. Eine Frechheit. Die sind in einer anderen Musikwelt unterwegs. Aber die fanden die Fantas toll bei The Voice. Immerhin. Machst du denn auch sowas wie Influencer-Marketing? Also schreibst du auch Leute da an, um, hey, kannst du es mal in deine Story posten? Als das jetzt so vor drei, vier Jahren so richtig hart wurde und aufkam, irgendwann muss man sich entscheiden, ob man auf allen Hochzeiten rumtanzen kann und das wirklich auch gut bedienen kann. Und ich habe mich dafür entschieden, dass es nicht geht. Für mich. Da gibt es Profis, da gibt es Agenturen, da gibt es Promoter, die sich darauf spezialisiert haben. Ich finde es dann eher so ein bisschen lame, wenn man sagt so, ich kann das dann auch an Influencer rausschicken und dann kennst du aber irgendwie nur drei und dann will das davon aber keiner machen. Dann ist ja das, was du angeboten hast, blöd. Und so arbeite ich nicht gerne und das möchte ich eigentlich auch nicht. Also das Angebot, was ich mache, da versuche ich dann schon, der Plattenfirma oder dem Management oder dem Künstler zu sagen, das sind meine Kontakte und ich glaube, da kriege ich es rein. Da und da könnte es schwer werden. Wir versuchen alles. Und deshalb habe ich mich gegen Influencer-Marketing und das Ganze entschieden, weil das kannst du nicht nochmal so nebenbei machen. Das geht einfach nicht. Voll, ja. Weil die Spezialisierung ist ja eh, viele entscheiden sich ja auch per se gegen Twitter zum Beispiel und viele haben ja auch schon Facebook gelöscht und sind nur noch auf Instagram. Klar, kriegt man das dann mit und hat dann auch mal ein paar Kontakte und die werden natürlich mit bemustert. Aber ich würde jetzt nie in mein Angebot mit reinschreiben, dass ich Influencer-Marketing und Promotion mache, weil das echt nochmal eine ganz andere Baustelle ist. Nebenbei, das ist jetzt eigentlich auch die letzte Station, warst du dann noch zwölf Jahre freie Mitarbeiterin bei Four Artists Booking und hast dich um Seed, die Orsons, Materia oder auch Max Herre gekümmert. Yay! Wie hat sich denn deine Arbeit dann dargestellt? Ist das das, was du am Anfang schon meintest? Genau diese Live-Promo? Genau. Da habe ich mich um diese ganzen Live-Sachen gekümmert. Da ist dann der Booker gekommen, hat gesagt, so Seed geht auf Tour oder die Orsons gehen auf Tour. Dann und dann. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben uns überlegt, haben ganz oft auch dann mit dem Label gesprochen. Was war denn mit der Platte? Wo wart ihr da? Wo wart ihr da unterwegs? Das kriegt man dann ja auch so ein bisschen mit. Und hat dann eine kleine Promostrategie entwickelt, hat Präsentatoren eingetütet und hat geguckt, dass die Tour gut läuft. Oder eben auch Berichterstattung. Früher gab es ja auch mehrere Konzertberichte, also zumindest im Hip-Hop-Journalismus ist es jetzt, glaube ich, eher auf die Insta-Story. Also die Leute schreiben jetzt nicht mehr, fand ich auch damals immer so ein bisschen affig. Ich habe es auch irgendwie ein, zwei Mal gemacht. Ich glaube, da hatten wir auch Kontakt bei Blumentopf das erste Mal. Ich glaube, da habe ich auch eine Bildergalerie irgendwie noch auf dem WordPress-Blog und irgendwie einen kleinen Artikel über das Live-Konzert, glaube ich, geschrieben. Aber ich habe mich auch gefragt, so wer liest das? Weil ich es selber einfach nicht konsumiert habe. Ich weiß, so Ältere lesen das schon häufiger von anderen Konzerten. Also so, nee, auch RBB24 oder Inforadio. Ich bin ja in dem RBB-Öffentlich-Rechtlichen Kosmos unterwegs und weiß schon, dass das auch viel geklickt wird. Ja. Aber das ist ja im Hip-Hop nicht mehr so, oder? Also da schreibt keiner mehr drüber, kein Hip-Hop.de, irgendwie ein Konzertbericht. Aber es ist trotzdem noch Teil auch der Strategie, zu sagen, im Journalist XY, ich packe die auf die Gästeliste und berichte mal darüber, damit Leute dann später auch aufs Konzert gehen, was dann irgendwie zwei Tage später ist oder so. Absolut, weil also Hip-Hop, das ist ja im Mainstream angekommen. Und im Mainstream angekommen heißt auch, dass es auch ganz geil ist, wenn es in der Tageszeitung drin steht. Weil ganz ehrlich, es gibt total viele Leute, die Bock auf ein Orsons-Konzert haben, die aber nicht in den Hip-Hop-Medien unterwegs sind und die lesen, sondern so die, keine Ahnung, die Parfümerie-Verkäuferin oder so. Und wenn es dann in der Tageszeitung halt drin steht und da eine coole Review drüber ist, dass das Konzert wirklich super war und der Journalist einfach seinen Eindruck teilt, dann ist das vielleicht schon was, was dann einfach den Impuls gibt zu sagen, okay, gucke ich mir doch das nächste Mal einfach an. Oder auch, ich habe den Namen gehört und ich höre mir die Mucke jetzt mal an. So sieht es aus, genau. Es geht ja wirklich auch darum, Reichweite zu generieren und für das nächste Mal auch einfach eine, dass der Name einfach schon mal da ist, dass man das schon mal gehört hat. Und wenn man dann immer nur in dem kleinen Kosmos stattfindet, dann kann es ja nicht nach außen gehen. Und deshalb musst du auch irgendwann mal, ist es cool, wenn du in die Stadtmagazine kommst, wenn du in der Tageszeitung bist. Und das wird wirklich wahnsinnig gut gelesen und hat ja auch eine irrsinnige Reichweite. Da gibt es ja Tageszeitungen, die haben eine Auflage von 250.000. Ich meine, das ist jetzt schon, also auch kein Scheiß, wenn da eine Review drin steht. und da gibt es halt einfach auch noch viele Kultursjournalisten, die auch wirklich toll schreiben über solche Sachen und die auch ganz anders so ein Konzert tatsächlich konsumieren, wie man vielleicht jetzt das auf einer anderen Plattform konsumieren würde. Weil da hat ja jeder auch einen ganz anderen Eindruck. Der eine schreibt dann mehr über die LEDs, die hinten stattfinden, über die Lichtshow und dann gibt es wieder einen Journalist, der ist total verliebt in den Sound und fand das total geil, wie das umgesetzt wurde, dass andere Instrumente mit dabei sind oder der Nächste schreibt über die Energie, die stattgefunden hat. Also da gibt es ja wirklich dann auch unterschiedliche Medien, die unterschiedlich darüber berichten und das finde ich auch ziemlich spannend, ehrlich gesagt. Und ist auch total wichtig für die einzelnen Künstler. Nach wie vor, würde ich behaupten. Du hast aber in diesem Jahr damit aufgehört. Man muss sich ja immer mal ein bisschen anpassen. Die Zeiten ändern sich, man hat mehr hier zu tun und dann muss man halt gucken, dass es da halt nicht mehr geht. Und ich habe jetzt bei den Fantas so ein paar Sachen zusätzlich einfach noch übernommen und habe auch für mich selber gesagt so, ich kann jetzt nicht allem wirklich gerecht werden und dann hat es sich auch langsam ausgeschlichen und dann habe ich einfach gesagt so, ich mache das für die Fantas weiter für Verartist und mache aber jetzt leider nicht mehr Seed, Max Herre und Materia und so. War es denn für dich mal eine Frage, dich zu vergrößern, also noch jemanden einzustellen, weil das hast du nie gehabt, oder? Ja, ich habe tatsächlich, weil es ja schon eine Zeit lang überlegt, weil dann, es tut immer weh als Selbstständiger, wenn du was absagen musst, weil du keine Zeit hast und ich finde es halt immer schlimm, wenn man sich dann total voll ballert, weil man irgendwie nur Money, Money, Money machen will und dann kann man das nicht mehr gut arbeiten. Ich habe schon so zwei, dreimal überlegt und hatte mir dann auch so zwei, dreimal Hilfe mit dazu geholt und habe dann auch mal gedacht, vielleicht sollte ich mir Praktikanten holen. Ich fand es aber immer irgendwie doof, dann nur 300 Euro bezahlen zu können und irgendwann habe ich für mich selber überlegt, was will ich und ich wollte nie den großen, fetten Mercedes fahren und die fette Büro-Loft-Kiste haben und irgendwie das eine Burnout jagt das nächste, sondern ich fand es eigentlich ganz okay, so wie es ist und dann habe ich auch tatsächlich ein paar Mal den Schritt zurückgemacht und habe gesagt, du, ich bin einfach voll und kann das nicht mehr arbeiten und finde es manchmal einfach auch geil, am Wochenende nichts zu tun zu haben mittlerweile. Aber gab es dann auch schon Phasen, wo du dich übernommen hattest und du gesagt hast, oh shit. Ja, ich habe es eigentlich immer ganz gut geplant, aber manchmal steckt der Teufel halt im Detail, wenn dann Album-Releases verschoben werden und da steckst du halt dann als Promoter, wenn du das, wenn die dich anfragen, dann soll das Album rauskommen, dann wird es verschoben und dann plötzlich war ich dann schon mal in der Situation, dass ich dann in einem Monat mehrere Alben hatte, die tatsächlicherweise auch in dasselbe Genre reingehören und dann stehe ich mir ja selber mit meinen Themen im Weg und das ist natürlich super schwierig. Kannst du eine Mail verschicken, hey Leute, die drei Dinger kommen raus. Heute ist die geballte Scheiße, Release Day, Freitag, ich habe hier 48 Tracks und bitte alles online machen. Also das ist natürlicherweise, kommt es vor und das finde ich persönlich immer ätzend, weil es wird immer was dann hinten runterfallen, also weil ich bin ja nicht der einzige Promoter, da gibt es ja noch ein paar andere und das ist ja nicht das einzige Thema und wenn du dann halt selber an einem Freitag drei Album-Releases hast, ist es halt echt kacke. Und dann weiß man halt auf jeden Fall, was genommen wird und dass dann der Newcomer, den du halt unbedingt auch arbeiten willst, vielleicht nicht stattfindet und dann ist es mittlerweile echt so schnell und es kommt so viel, dass der dann halt die Woche später auch nicht wirklich großartig die Chance hat, dann doch noch unterzukommen. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, dass wir da überhaupt keine Zeit mehr haben, weil entweder der Bass findet da statt oder dann halt nicht und es wird vielen Newcomern ehrlich gesagt nicht wirklich gerecht. Und es ist auch häufiger, dass nur ein Song dann schon dick promotet wird statt das ganze Album, ne? Ja, natürlich. Also das kommt aber tatsächlicherweise dann auch wieder so ein bisschen auf den Künstler an sich an. Ich würde mal tatsächlicherweise sagen, dass so die 90s Heroes schon eher so Album-Thema ist und dass natürlich dann die, die die junge Zielgruppe ansprechen, echt eher Single-Tracks sind. Also ich hätte nicht gedacht vor zehn Jahren, dass die Singles nochmal so wichtig werden, wie sie jetzt tatsächlicherweise sind. Warum nicht? Weil es da eher auf Album war. Also da war so, die Single stirbt, weißt du, die CD, die Maxi-CD, die man da kauft, also das wurde ja immer weniger und das hat man einfach nicht mehr verkauft. Und dann kam natürlich das Streaming auf und jetzt ist die Single wieder total wichtig. Also es war eine Zeit lang einfach eher das Album wichtig und jetzt ist die Single wieder wichtig. Also das ist immer so, also man rennt da tatsächlich immer wieder der Technik hinterher. Aber ich finde es super. Also ich finde die ganzen Streaming-Sachen auch tatsächlich toll. Ich weiß, es gab ja auch mal so was wie MySpace, das haben ja auch alle total schlimm gefunden. Aber ich fand es total geil, dass sich da einfach Künstler auf einen ganz kurzen, einfachen Weg einfach mal selber zeigen können. Und das ist ja mit den Streaming-Sachen am Anfang auch so gewesen, dass man sich da einfach mal zeigen konnte und auch bei YouTube und so. Bei den Fandas hat ja auch die letzte Single sehr gut funktioniert, zusammen sogar auf zwei und Gold und alles. Also die erfolgreichste seit MFG, glaube ich. Ja. Und war das auch, habt ihr da Großwelle für gemacht oder ist es von alleine mehr oder weniger passiert zum Album so? Naja, aber so Großwelle, also. Also habt ihr da das Ding einzeln nochmal in Newsletter oder auch in Anschreiben? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal behaupten, also die Künstler sagen ja immer ungern so, das wird ein Hit und in der Dokumentation sieht man das auch ganz schön, dass die Fandas sich auch immer noch nicht so getraut haben zu sagen, dass es ein Hit wird und dann hat es Clueso ausgesprochen. Und das hat natürlich der Bär auch gleich gesagt, das ist die Single und das ist der Hit und da hauen wir jetzt auch wirklich voll rauf und dann haben wir auch wirklich ein großartiges Video gemacht dazu mit dem Lars zusammen, der die tolle Idee dazu hatte, das so zu gestalten und das hat halt auch alles wirklich gut funktioniert da draußen und da hat halt alles wieder ineinander gegriffen. Du hast den geilen Song gehabt und das coole Video dazu und das Radio hat funktioniert und plötzlich war man auch wieder toll in den Airplay-Charts und auch viele junge Sender wieder, die gesagt haben, hey, wir spielen die Fantas wieder und das war wirklich toll. Das, glaube ich, sieht man in der Dokumentation auch, dass der Thomas sich darüber freut, dass irgendwie ein Sender gesagt hat, so scheiß auf das, was ich gesagt habe bei der letzten Platte, natürlich spielen wir euch wieder und das war wirklich toll auf jeden Fall. Also als ich den Song das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, so also das müsste ja echt mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht funktioniert, weil es einfach, es war halt so eine typische, geile, gute Laune, Fanta 4 Nummer. Die schreibst du auch nicht immer. Was würdest du denn aufstrebenden PromoterInnen an die Hand geben? Was sind Tipps, was sollte ich auf jeden Fall beachten, wenn ich jetzt selbst an den Start gehen möchte? Das ist ja immer so, ich finde so ein Schema F ist immer irgendwie doof. Du musst das und das machen und dann funktioniert das und das. Also wenn ich das in meinem Leben so gemacht hätte, dann keine Ahnung, wo ich dann wäre. Ich finde das Wichtigste ist, dass man sich selber treu bleibt. Das hört sich unglaublich abgedroschen an. Das ist auch ein Fanta 4 Song, aber. Stimmt. Ja, hätte ich aber treu gesagt. Dass man sich treu bleibt. Das ist ganz wichtig. Ne, tatsächlicherweise ist es wirklich so, dass man offen und ehrlich ist, dass man sich selber treu bleibt, sich nicht verzettelt und es ist tatsächlich trotzdem alles Arbeit. Es ist nicht alles Glitzer und es ist nicht alles ich hänge jetzt nur auf geilen Partys rum und auf tollen Konzerten. Es ist tatsächlich auch einfach ein Schreibtischjob. Du musst auch viel einfach am Rechner sitzen und arbeiten und machen und tun und jeder, der Bock drauf hat, soll es einfach versuchen, sich trauen und sich selber ehrlich gesagt treu bleiben. Das finde ich tatsächlich immer das Wichtigste, weil also es gibt einfach kein, es gibt kein Rezept, wie es am besten funktioniert. Also ich meine, ich habe das weder studiert noch bin ich irgendwie, habe ich Marketing BWL gemacht oder so. Ich habe mich da einfach reingeschmissen und hatte Spaß dran und dann hat es funktioniert und das muss aber nicht für jeden so funktionieren. Also und ich glaube, da gibt es auch ein paar gute Leute da draußen, die wirklich jetzt kommen und die tollen Sachen promoten und ja, einfach versuchen, das so zu machen, wie man es selber gerne hätte vielleicht. Also wenn man sich vorstellt, wenn man selber die Platte rausbringen würde, dann fände ich es toll, wenn ich einen Promoter hätte, der so ist zu mir und ich glaube, dann ist es auf einem guten Weg. Was wünschst du dir denn für die Hip-Hop-Szene? Ha! Nächste schöne Frage. Ich finde tatsächlich, da muss man sich eigentlich gar nichts wünschen. Ich finde, die ist so, die ist momentan so unterschiedlich und so offen und so populär wie noch nie und das finde ich wirklich toll. Ich feiere jeden einzelnen Zweig, der aufkommt und ich finde es immer komisch, dass es Leute gibt, die sagen, oh, Trap furchtbar und Cloud-Rap voll furchtbar. Ich finde das toll. Ich finde diese ganzen Spielarten und die ganzen Alben und Künstler, die da kommen, wirklich spannend. Ich höre mir das auch alles gerne an. Es gibt auch viele Sachen, die finde ich doof. Ich bin auf jeden Fall der 90s-Bitch, würde ich sagen. Natürlich gefallen mir die 90er-Jahre-Sachen, aber ich feiere auch Trettmann zum Beispiel. Ich feiere Capital Bra. Ich habe mir heute Morgen den neuen Song von Alpha Gun ab angehört und habe gedacht, wow, okay, das ist ja richtig deep. Also, ich finde es gerade richtig toll, was alles da draußen passiert und wer mit wem zusammen was macht und wie viele unterschiedliche Stile und Richtungen es gibt und ich feiere ab, dass es einen Typen gibt, Lil Nas, der mit einem Country-Sänger was zusammen macht. Ich fand damals Run-DMC einfach auch schon wahnsinnig toll. Einfach diese Grenzüberschreitung in der Musik finde ich super und ich finde es toll, dass sich das alles geöffnet hat und dass es nicht nur noch so dieses ganze Reel und dieses ganze Street und so und das muss jetzt so sein. Das fand ich immer schade, ehrlich gesagt, wenn dann jemand versucht hat, auszubrechen und dann einfach nicht mehr real war, weil er das jetzt gemacht hat oder Sellout betrieben hat, weil er sich was Neues hat überlegt. Ich finde es toll, dass es mittlerweile Künstler gibt, auch in Deutschland, die davon gut leben können und ich feiere das tatsächlicherweise, dass es so populär geworden ist, weil das hätte, glaube ich, damals echt keiner gedacht. Und dann abschließend, was wünschst du dir denn für dich? Ha! Und ich sage ja, weil solange ich noch so Spaß an der Musik habe, kann ich das auch weitermachen. Ich wünsche mir einfach für mich, dass ich weiter Bock drauf habe, dass ich gesund bleibe und der Rest ergibt sich von selbst, ehrlich gesagt. Ja, wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, dann vielen Dank für deine Zeit, für dein Interview. Na, danke. Aufregend war es. Aufregend war es für euch hoffentlich auch, diese kleine Zeitreise in die 2000er. Verrückt, wie krass sich die Welt innerhalb der letzten 20 Jahre verändert hat. Die Medienwelt, aber auch, wie wir Medien konsumieren, wie uns Neuigkeiten erreichen. Wie Nash im Interview sagt, man muss sich schon sehr gut überlegen, mit welcher Strategie man seine Zielgruppe erreicht. Ich finde es beeindruckend, dass Nash trotz Medienwandel so lange dabei geblieben ist. Jahrzehnte. Und hoffe sehr, dass sie noch viele Jahre Spaß daran haben wird, in der Musikbranche zu arbeiten. Ihr könnt Nash übrigens auch ein paar Mal in der Fanta 4 Doku Wer 4 sind sehen. Oder bei Instagram. Folgt at thematakt. Unter thematakt.de findet ihr auch nochmal alle Infos und alle anderen Folgen, zum Beispiel die mit Promoterin Marina Busunaschvili. Ganz wichtig, thematakt braucht eure Unterstützung. Nachdem ich schon den ganzen Tag für Radio Fritz gearbeitet habe, nehme ich das hier gerade um 21 Uhr auf. Ich mache thematakt komplett alleine und so viel Spaß es macht, es kostet viel Zeit und Kraft. Also unterstützt mich bitte unter thematakt.de slash spenden. Damit ihr die nächste Folge mit Jan Wehn von Allgood nicht verpasst, abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer oder Apple Podcasts und gebt ihm dort eine Bewertung. Empfehlt thematakt weiter. Ich danke Nashnopper sehr für ihre Zeit und dieses Exklusiv-Interview. Mein Name ist Tobias Wilinski. Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.